Herzlich Willkommen liebe Teilnehmer zum heutigen Webinar der DZ Bank Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Mein Name ist Christoph Kraus, schön dass Sie heute mit dabei sind bei uns in Frankfurt, strahlenblauer Himmel, sehr warm, ich hoffe bei Ihnen ist es auch so. Ansonsten wünsche ich es Ihnen auf jeden Fall für die nächsten Tage. Sie sehen drei Bilder, der Armin ist mit dabei, der Raimund ist mit dabei und somit schauen wir uns gleich die Agenda an für heute Abend. Der Raimund ist gekommen, um ein kurzes Update zu seinem Trader Coaching zu geben. Dann wird der Armin heute übernehmen die technische Analyse zum DAX, zum Eurostox und zum S&P. Dann gibt es zum Schluss von mir noch eine Trading Strategie zum DAX und Sie sehen als vierten Punkt die Fragen. Wenn Sie Fragen haben, wie immer, schreiben Sie uns hier in den Chat. Wir beantworten Ihnen die Fragen gerne und falls wir sie heute in der Selbstentscheider mit Erfahrungen in Hebelprodukten, unsere Produkthinweise dienen lediglich zu Demonstrationszwecken und wir können keine Anlageberatung übernehmen. Außerdem bitte beachten Sie das Totalausfallrisiko bei Hebelprodukten und das Emittentenrisiko. So rum macht es auch ein bisschen mehr Sinn. So, das Trader Coaching Update. Ich höre den Raimund schon. Er steht in den Startlöchern. Ich wünsche uns allen viel Spaß und jetzt geht das Wort an dich, Raimund, mit deinem Trader Coaching und dem Update. Perfekt. Ja, ich danke dir. Ich hole mir mal kurz den Monitor und dann kann es auch schon losgehen. Moment, da haben wir es gleich. Bildschirmpräsentation vorführen und los geht's. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen, das ist das Starterbild 2016. Also man kann sich tatsächlich auch daran orientieren und ich werde nicht müde zu sagen, dass dieses Foto, neben dem, dass es tatsächlich zur Entspannung beiträgt, dass es viel Weite hat, enthält es aber auch Aspekte, die sich da spiegeln. Und ich habe heute noch mit einem Kollegen darüber gesprochen, inwieweit tatsächlich Trading-Ergebnisse oder auch Entwicklung von Konten, Kapitalkurven ein Stück weit zeigen, wie weit sich jemand über den Zeitraum entwickelt hat, wie er sich mit Themen auseinandergesetzt hat. Und da gibt es unterschiedliche Kapitalkurven, ganz klar, die stetig steigende, das ist der Idealfall, aber auch eben die stetig fallende oder die, wo es richtig rumzuckt und quasi blitzartig sich auch mal was hoch oder runter bewegt oder aber auch eine Kapitalkurve, wo lange, lange, jetzt allerdings natürlich unabhängig von einer Strategie, die dahinter steckt, auch die könnte natürlich unterschiedliche Kapitalkurven hervorrufen. Aber nehmen wir mal an, Sie wollen stetig was aus dem Markt holen, dann lohnt es sich immer auch, sich ein bisschen im Blickwinkel zu haben. Denn letztlich sind die Ergebnisse, die wir produzieren, nichts anderes als, ich sag mal, unsere Realität, unsere Erfahrungen oder auch das, was wir gelernt haben. Und so ist es auch bei Wiederholungen, die uns manchmal wehtun. Von daher ist immer auch ein bisschen Selbstreflexion angesagt und uns den Spiegel vorzuhalten. Und die Spiegelung hier auf diesem Foto soll uns ein Stück weit daran erinnern. Darf ich dich kurz mal unterbrechen, Raimund? Die Steuerungssoftware ist ein bisschen im Weg bei dir auf dem Bildschirm. Möchtest du die mal wegklicken, dann sehen wir deinen gesamten Bildschirm. Ach was, mir war gar nicht bewusst, dass die, so ist sie weg, ne? Wichtig, so ist sie weg, ja, danke. Alles klar. Das ist mir tatsächlich so, scheint irgendwie eine Neuerung zu sein, weil die habe ich meistens offen. Aber wunderbar, gut. Ganz klar, worum geht es beim Trader-Coaching? Im Prinzip um zwei Dinge. Wir fassen das immer so unter Trader-Coaching zusammen, aber es gibt für mich auf der einen Seite alles, was mit der Strategie zu tun hat. Ganz wichtiger Punkt und da gucken wir uns nochmal das eine oder andere an. Vieles kennen Sie, aber es ist wichtig, dass ich vor allem auch diese Seite grundlegend erstmal bediene, dass ich mir einen Plan mache, dass ich da mein Trading in gewisser Weise definiere, dass ich ein Ziel habe, dass ich aber auch mir meines Risikos bewusst bin, dass ich mir auch einen Markt aussuche, ganz klar, aber auch meine Lebensumstände berücksichtige. Diejenigen, die uns auf der Roadshow, also die dabei waren, die uns da länger auch unter die Lupe genommen haben und auch nachher, sie wissen, letztlich ist es wichtig, sich selbst an der Stelle mal genau unter die Lupe zu nehmen, um zu wissen, wann habe ich überhaupt Zeit? Hat der Markt geöffnet? Macht das Sinn, da zu traden? Und wir erleben es immer wieder, dass manch einer die fünf Minuten nutzt, zwischen dir in der Mittagspause noch Zeit hat oder wenn er gerade nach Hause gekommen ist, vor dem Abendessen, um mal eben noch einen Trade abzusetzen. Das kann es natürlich nicht sein, deswegen Tradingplan eine ganz wichtige Geschichte. Nimm den Plan, dass ich weiß, wo ist mein Risiko? Wie bin ich auch auf der Zielseite unterwegs? Macht das Sinn und zwar in Abhängigkeit von dem Markt, den ich handele? Da geht es nicht um mich, dass ich sage, heute will ich mal 50 Punkte, sondern da muss ich im Prinzip gucken, wie ist die Volatilität? Wie ist die möglicherweise Average Daily Range? Was macht der Markt letztlich über die letzten Tage oder über die letzten Stunden? Kommt jetzt auf das Zeitfenster an, in dem ich handele? Das sind wichtige Dinge, aber auch auf der strategischen Seite, eine Strategie ist eben mehr als mal eben in den Markt gehen oder eine Gelegenheit erhaschen, sondern etwas zu finden, was ich immer wiederholen kann. Immer wieder aufs Neue, bestenfalls mit einem Markt und noch besser vielleicht in bestimmten Zeiten. Natürlich spielt auch ein Broker eine Rolle. Das ist etwas, was wir hier nicht vertiefen müssen. Gucken Sie, dass Sie einen verlässlichen Broker mit einer guten Ausführung haben und natürlich bestenfalls auch eine Handelsplattform, mit der Sie sich auskennen, in der Sie vor allem wissen, wie Sie aus einem Produkt auch rauskommen, wenn es denn mal notwendig ist und Sie schnell reagieren müssen. Also das Handling der Plattform ist durchaus sehr, sehr wichtig. Was oft unterschätzt wird und das gehört für mich auch zur Strategie Seite ist, dieses regelmäßige Trainieren. Ich habe mir etwas erarbeitet, ich habe auch insofern einen vernünftigen Partner in Form von Broker und Handelsplattformen, also das Paket stimmt. Dann ist es aber auch wichtig, dass ich das regelmäßig und immer wieder umsetze. Das ist so die eine Seite. Man könnte, es ist fast wie die zwei Gehirnhälften. Die eine etwas strategischer, die andere vielleicht nicht ganz so strategisch. Da spielt das Thema, wie bin ich denn, wie ticke ich denn eine Rolle? Da gibt es für mich zwei wichtige Bereiche. Das eine ist die Selbstanalyse. Da frage ich mich tatsächlich, wer bin ich? Ist das, was ich ertradet habe, ist das, wie ich mich verhalte, ist das, was letztlich unterm Strich rauskommt? Ist das Stand meines Wissens, ist das Stand meiner Umsetzung oder könnte ich das vielleicht besser? Was motiviert mich überhaupt, das zu tun? An sich, wir sitzen alle, ich pauschalisiere bewusst viel vom Computer, wir verbringen viel Zeit mit technischen Geräten, die Displays haben, ob jetzt kleiner oder auch größer. Und was treibt mich an, noch mehr Zeit davor zu verbringen? Und diejenigen, die natürlich Erfolg haben, die sagen, klar, es ist das Geld. Es ist vielleicht auch ein bisschen von dem Nervenkitzel. Aber vor allem ist hier das Geld und das ist etwas, was jeder auch mal hinterfragen sollte. Wie ist es mit dem Ziel? Wo will ich hin? Wie ist das mit meinem Umfeld? Und das sind alles Themen, über die man sich wirklich, schnappen Sie sich die einzelnen Themen, machen Sie sich Gedanken und gucken Sie, wie weit sind Sie bei jedem Thema? Können Sie einen Haken hinter machen? Haben Sie sich damit auseinandergesetzt? Und gerade das persönliche Umfeld ist etwas, was bei vielen kritisch ist. Wir wissen natürlich, dass viele Männer uns auch immer zuhören oder auch bei den Live-Veranstaltungen dabei sind und es oftmals im persönlichen Umfeld manchmal die Partnerinnen sind, manchmal aber auch das Umfeld an sich, dass es da hakt und Frauen traden oft mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein. Ich bin Traderin und da stellen Sie sich hin. Bei Männern ist es oft so, dass auch noch andere Einflüsse eine größere Rolle spielen. Aber auch der Arbeitsplatz. Wir haben auch das Thema immer mal schon wieder am Wickel gehabt. Wie sieht mein Arbeitsplatz aus? Ist er transparent? Sind da vielleicht Bilder, die da keine Rolle spielen? Kann ich mich auf das Thema Trading fokussieren? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich auch Raum für mich habe, in dem ich mich aufhalten kann. Das fasse ich so grob zusammen unter dem Thema Selbstanalyse und vielleicht als Aufgabe für Sie alle bis zum nächsten großen Webinar, wenn ich mal wieder 60 Minuten dabei bin, dass Sie diese Fragen mal wirklich unter die Lupe nehmen. Und da reicht es nicht fünf Minuten, auch nicht eine Viertelstunde, sondern sich damit auseinanderzusetzen, führt zum einen oder anderen AHA-Effekt. Darauf aufbauend das Thema Selbstmanagement. Ich muss mich mit dem Thema Zeit auseinandersetzen. Wann habe ich Zeit? Wann haben die Märkte geöffnet, dass ich das handeln kann? Dann macht es in den Zeiten, wo ich handeln möchte, überhaupt Sinn? Jetzt zum Beispiel ist Ferienzeit, in manch einem Bundesland ist es schon so, wieder andere warten darauf und ist Trading in Zeiten, wo viele Marktteilnehmer gar nicht da sind, sondern vielleicht in der Sonne liegen, sinnvoll? Das sind Fragen, die rund ums Thema Zeit rangen und die sind wichtig. Genauso das Thema Information. Bin ich gut versorgt? Brauche ich mehr Information? Oder macht es vielleicht sogar Sinn, weniger Informationen zu haben? Das Thema Gedanken, Gefühle, Verhalten spielt immer eine Rolle. Was denke ich, wenn ich vorm Desk sitze, vorm Trading Desk? Denke ich vielleicht, ich bin erfolgreich? Passt das auch mit meinen Ergebnissen zusammen? Oder ist es eher so, dass ich das Gefühl habe, ob long, ob short, das Geld ist fort? Das sind Dinge, die nicht nur auf der Gedankenebene eine Rolle spielen, wenn ich aktiv mich mit den Sachen auseinandersetze, sondern möglicherweise sind es auch Programme, die ich durch mein bisheriges Trading-Verhalten ein bisschen schon auf meiner Festplatte dem Gehirn implementiert habe. Genauso Gefühle. Viele Gefühle werden durchs Trading hervorgerufen, ob es nun Begeisterung oder Euphorie ist oder auf der anderen Seite aber auch Dinge, die eher mit Angst oder Wut zu tun haben. Und es ist immer ein Thema, was sich lohnt auch anzugucken, weil letztlich bin ich es, der die Trading-Ergebnisse produziert. Auf der Verhaltensebene genauso. Etwas, was weniger beachtet wird, ist das Thema Rhythmus. Nicht nur die Börse hat einen Rhythmus. Ganz groß, wenn wir ganz groß denken, fangen wir bei Konrad-Jew-Zyklen an. Wir gehen dann über saisonales Verhalten. Ich habe zwischendurch ein bisschen ausgelassen und komme immer weiter zu unseren eigenen Rhythmen und können auch dort gucken, ob es Zeiten gibt, in denen wir zwar Zeit haben zu handeln, aber wir rhythmisch vielleicht gar nicht so gut drauf sind, weil es gar nicht unsere Zeit ist. Also das ist etwas, was natürlich von unseren Lebensumständen abhängt und ob wir uns erlauben können, durch unser Leben, wie wir es eben gestaltet haben, unseren Rhythmus zu leben. Körperliche Aspekte spielen eine Rolle. Ich muss fit sein. Auch das würde ein eigenes Thema verdienen, genauso wie das Thema Ernährung. Alles wichtige Punkt. Ich fasse nochmal kurz die Strategieseite zusammen, der wir uns schon häufiger gewidmet haben. Ich brauche einen Tradingplan mit den Lebensumständen. Wann habe ich Zeit? Ich muss über mein Startkapital mir Gedanken machen, was natürlich bestenfalls nicht ganz so klein ist. Raimund, bist du noch da? Wir können dich im Moment leider nicht mehr hören. Sieht so aus, als wäre er jetzt nicht mehr da. Meine Damen und Herren, es steht im Chat auch schon viele Fragen zum Ton. Wenn Sie Tonprobleme haben, loggen Sie sich einfach nochmal kurz aus und wieder ein. Das sollte Ihr Problem zumindest einmal heilen. Ich würde aber jetzt sagen, vielleicht kann der Armin mal kurz einen kleinen Ton von sich geben, ob er denn bereit ist. Dann würde ich jetzt gleich an den Armin übergeben, weil wir leider den Ton vom Raimund nicht mehr haben. Also ich bin bereit. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Okay. Ich bin hörbar. Nur der Doktor ist weg. Schreibt hier schon ein Kollege. So, dann machen wir so. Okay. Unser Ton ist da. Wir machen einfach weiter. Tut mir leid, meine Damen und Herren. Armin, du kannst dir, wenn du möchtest, schon mal die Rechte nehmen für deinen Part. Wie gesagt, sorry für die technischen Probleme, dass der Raimund jetzt nicht mehr mit dabei ist. Aber er wird am 22.08., also in drei, vier Wochen, ist das, wird er mit dabei sein. Da hat er sein großes 60-minütiges Webinar mit mir zusammen. Und da wird er dann hoffentlich auch auf seine Insel, da ist er ja weit oben im Norden, aber ich denke mal, das hat auch nichts mit dem Internet zu tun, dass da jetzt kein Ton mehr da ist. Aber ich hoffe, dass dann dort auch die Technik voll funktioniert. So, ich sehe, der Armin ist soweit und dann geht es jetzt einfach weiter mit der technischen Analyse zum DAX, zum Eurostox und zum S&P 500. Und dabei wünsche ich uns jetzt viel Spaß. Ja, also auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schönen guten Abend in die Runde. Ich hoffe, dass ich dann jetzt keine Tonprobleme bekommen werde im Laufe der Präsentation. Zunächst mal noch ganz kurz hier die rechtlichen Hinweise und dann steigen wir auch schon voll ein in die Analyse. Ich werde einiges erzählen, natürlich wie immer zum US-amerikanischen Aktienmarkt, aber dann eben auch zum DAX und Eurostox. Und werde natürlich auf der Präsentation von letztem Mal aufbauen. Da gab es ja auch einige interessante Entwicklungen. Und hingegen lassen wir heute aus Zeitgründen den Bereich Rentenmarkt, also Zinsentwicklung, Währungsentwicklung und Rohstoffe weg und konzentrieren uns ausschließlich auf die Aktien. Ja, zunächst einmal den Chart zum allgemeinen Zyklusverlauf, wie er jetzt in 2016 zu erwarten ist. Den habe ich auch schon im letzten Webinar gezeigt. Basis unserer Zyklusanalyse ist eigentlich im Grunde genommen immer der Vierjahreszyklus, der sich aus der US-Präsidentschaftswahl ableitet. Also vier Jahre und... Ja, okay, es ist auf Mainz, wo 15... Reimann, das ist schön. Du hast mich ja schon... Einfach, genau, der Armini ist mittlerweile schon drin. Wir sprechen einfach nachher nochmal. So, Armin, weiter mit dir bitte. Ich fahre einfach fort. Genau, also Basis unserer Zyklusanalyse immer der Vierjahreszyklus. So sieht der idealtypische Verlauf für den Dow Jones im US-Wahljahr 2016 bzw. in einem normalen US-Wahljahr aus und damit für 2016. Hier sehen wir, dass wir eigentlich so ein durchwachsenes erstes Halbjahr haben und dann im zweiten Halbjahr durchstarten. Hier sind vor allen Dingen zwei Phasen positiv, hier im Hochsommer und dann später ab Q4. Wir haben das natürlich jetzt auch nochmal mit der Realität dieses Jahr abgeglichen. Die orangefarbene Linie, also hier der allgemeine Zyklusverlauf und die blaue Linie der tatsächliche Verlauf des Dow Jones Index in diesem Jahr. Und hier können wir erkennen, dass wir jetzt von dieser Sommerrallye bzw. dieser Hochsommerrallye jetzt auch schon einiges vorweggenommen haben, hier mit der jüngsten Rallye nach dem Brexit-Ereignis. Und was wir natürlich auch noch sehen müssen, dass wir ja 2016 kein normales US-Wahljahr haben, sondern wir haben einen Wahljahr mit einem US-Präsidenten, der aus dem Amt scheidet. Barack Obama kann nicht mehr wiedergewählt werden, zwei Legislaturperioden hat er schon hinter sich. Und damit haben wir es mit einem Präsidenten zu tun, der auch gemeinhin so ein bisschen als Lame Ente bezeichnet wird, also Lame Duck. Und dieser Lame Duck Wahlzyklus, der unterscheidet sich signifikant von dem allgemeinen Wahlzyklus bzw. von dem Wahljahr im unterjährigen Verlauf. Und das sehen wir hier. Ich zeige nochmal die erste Folie hier, wo wir diese Hochsommerrallye haben bzw. diese gesamte Aufwärtsbewegung im zweiten Halbjahr, wo wir quasi am Jahresende hier auf einem Hoch enden. Und das ist in einem Lame Duck Wahljahr ganz anders. Hier haben wir eine absolut verkürzte Sommerrallye. Das heißt, wir haben hier zwar auch eine Sommerrallye, aber die ist in der Ausgestaltung Zeitfaktor und Kursbewegung deutlich unterdurchschnittlich, deutlich verkürzt. Und damit müssen wir natürlich uns überlegen, wird sich der tatsächliche Verlauf des US-Aktienmarkts eher dann diesem Muster oder eher diesem Muster annähern. Das ist natürlich noch nicht ganz raus. Wir haben bis jetzt eigentlich immer gesagt, wir nehmen diese Vorlage, die Sie jetzt hier sehen und das bedeutet, dass wir Ende Juli und wir haben jetzt eigentlich schon die letzte Juliwoche, plus minus natürlich, muss man das immer sehen auf der Zeitebene, dass wir hier dann ein Tief markieren und dieses Tief wird noch einmal gefolgt von einer finalen Rallye, die sich quasi im August erstreckt und erst Anfang September endet. Und nach dieser finalen Rallye, da erwarten wir eigentlich zumindest aus zyklischer Sicht die Herausbildung eines signifikanten Hochpunkts, der dann von einer stattlichen Abwärtsbewegung befolgt wird. Und diese Abwärtsbewegung, die sollte dann idealtypischerweise bis in den November hinein dauern, wobei man sagen muss, wenn sich tatsächlich dieses allgemeine Muster durchsetzen sollte, dann haben wir es mit einer absolut verkürzten Korrektur zu tun und die würde dann eigentlich auch nur bis Oktober dauern. Aber wir gehen momentan noch davon aus, dass sich dieses Muster hier durchsetzen wird. Da schauen wir uns mal die Indizes direkt an. Hier zum einen den S&P 500. Da haben wir auch eine sehr interessante Entwicklung gehabt. Ich hatte im letzten Webinar gesagt, dass wenn noch einmal ein Markt ausbrechen sollte, dann wird es der amerikanische Aktienmarkt sein, beziehungsweise die großen US-Indizes. Ich hatte aber dazu gesagt, dass ich eher dann glaube, dass es so eine Art Überschießen sein wird und jetzt kein strategischer Ausbruch mit all den bullischen Implikationen für die nächsten Quartale. Wir müssen ja berücksichtigen, dass wir es mit einer anderthalbjährigen Handelsspanne zu tun haben und normalerweise, wenn ein Markt dann aus einer anderthalbjährigen Spanne nach oben ausbricht, kann man natürlich ein bisschen mehr erwarten als nur ein Überschießen. Aber wie gesagt, das muss man immer vor dem Hintergrund dieses Wahlzyklus sehen, sodass wir eigentlich jetzt nur noch einige Wochen nach oben laufen sollten. Zunächst aber hier erstmal der Ausbruch und der Index wird jetzt momentan noch getragen von dem Ausbruch. Wir haben letzte Woche gesehen, dass sich hier das Momentum auf der Oberseite so ein bisschen verlangsamt hat, haben eigentlich fünf Tage lang hier mehr oder weniger sind wir seitwärts gegangen, nachdem wir hier vorher die Ausbruchskerzen hatten. Und insgesamt müssen wir auch doch feststellen, dass diese Ausbruchsbewegung mit unterdurchschnittlichen Handelsumsätzen einherging. Also insofern auch nicht unbedingt das Dynamischste, was man hier sehen kann. Und daher erwarten wir zunächst einmal eine typische Pull-Back-Bewegung. Eine Pull-Back-Bewegung kann eigentlich gemeinhin immer erwartet werden, wenn eine Ausbruchsbewegung erfolgt. Irgendwann haben es die Käufer eben dann eingedeckt. Das führt dann zu einem Momentumverlust und irgendwann sind zumindest für den Moment keine Käufer mehr da. Daher also eine typische Pull-Back-Bewegung, wie wir erwarten können. Idealtypischerweise könnte die gehen bis in den Bereich 2.135. Das ist hier das Hoch vom Sommer 2015 bzw. 2.120. Das ist hier das letzte Bewegungshoch im Rahmen der Februar-Rallye, was wir hier hatten. Also die gesamte Zone 2.135, 2.120 wäre eigentlich hier prädestiniert als Auffangbecken für eine mögliche Pull-Back-Bewegung, die wir jetzt auch erwarten zu dienen. Im Anschluss haben wir hier nochmal den Pfeil nach oben, denn wie ich es Ihnen auf der Folie mit der Zyklik gezeigt habe, wir haben ja grundsätzlich noch Rückenwind bis etwa Anfang September. Und daher sollte jetzt das Hoch, was wir in der letzten Woche gesehen haben, noch nicht das Ende der Fahnenstange markieren, sondern im weiteren Verlauf nochmal übertroffen werden. Und hier bietet sich zunächst die 2.200-Punkte-Marke als 161,8% Fingonatur-Retracement der letzten Konsolidierung als Ziel an. Und das könnte man uns sehr, sehr gut vorstellen, dass wir das noch anlaufen bzw. sogar auch noch ein bisschen höher gehen können. Wenn wir uns den Wochenchart im S&P 500 anschauen, ich hatte es angesprochen, hier nochmal die anderthalbjährige Handelsspannung, der bricht der Markt nach oben aus. Theoretisches Kursziel hier auch wieder die 161,8%, aber diesmal von der gesamten Konsolidierung, von der gesamten Korrekturbewegung von letztem Jahr bis diesem Februar. Und wenn wir da das Retracement oben abtragen, dann kommen wir auf ein theoretisches Kursziel von 2.335 Punkten. Das wollte ich natürlich jetzt nicht unterschlagen, ich habe es aber jetzt hier mit einem Fragezeichen versehen, denn wie gesagt, der Markt hat eigentlich nur noch wenige Wochen Rückenwind und ob er es dann wirklich schafft, dieses Kursziel dann tatsächlich auszuschöpfen, das wage ich zum jetzigen Zeitpunkt mal zu bezweifeln. Ich rechne eigentlich eher damit, dass sich die Rallye irgendwann hier dann festläuft und wir dann ab September abtauchen. Hier sieht man es nochmal in einem anderen, in einem größeren Maßstab. Schöne Ausbruchsbewegung hier und das theoretische Ziel nochmal hier, 2.335 Punkte, das 161,8% Retracement. Aber auch hier habe ich nochmal hier unten eingekreist, damit man es sehr, sehr deutlich sehen kann, gerade hier bei den weißen Ausbruchskerzen, da haben sich die Handelsumsätze doch deutlich zurückgebildet, wenn man mal vergleicht, vorher die Umsätze, die Volumenbalken hier markant erhöht und jetzt eigentlich wieder deutlich verringert. Das ist jetzt eigentlich technisch kein tolles Zeichen dafür, dass der Markt hier tatsächlich den strategischen Ausbruch mit all seinen bullischen Implikationen vollzieht, sondern da muss man zunächst einmal ein Fragezeichen hinten anführen. Etwas ähnliches gilt für den Dow Jones Industrial Average. Wir haben jetzt eigentlich einen sehr, sehr schönen Gleichlauf zwischen den beiden Indizes S&P 500 und Dow Jones Industrial Average. Beide sind auf einem neuen Allzeithoch, der Dow hier über 18.350 ausgebrochen. Aber natürlich auch hier hinterfragen wir kritisch, wie weit diese Ausbruchsbewegung nach oben tragen könnte. Ich will jetzt den Dow auch nicht so ausführlich behandeln, weil ich eigentlich lieber den S&P 500 mir anschaue, aber das eben Gesagte gilt natürlich genauso für den Dow, dass wir hier nochmal zum einen eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung prinzipiell zwar sehen, aber dass auch hier wahrscheinlich nicht der ganz große Kursimpuls daraus erwächst. Denn, da komme ich auf die nächste Folie, hier ist der NICE Composite. Das heißt, der NICE Composite ist eigentlich der Marktbreiteindex an der Wall Street überhaupt, fast mehrere tausend Werte und bietet demzufolge ein realistischeres Abbild des US-Gesamtmarkts. Im Vergleich zum Dow Jones Index, wo ja nur die 30 größt kapitalisierten Werte enthalten sind, 30 Werte von mehreren tausend, die verzerren natürlich das Bild auch. Und es ist klar, dass man da noch immer einen Marktbreitenindex als Vergleich nehmen muss, um einfach ein realistisches Bild von dem Markt zu bekommen. Und hier ist es einfach so, dass der NICE Composite, dass der eben noch kein neues Allzeithoch markiert hat. Im Gegenteil, wir sind eigentlich noch relativ weit weg, wenn man das hier sieht. Also da muss jetzt wirklich noch die Rallye markant weiterlaufen, um hier ein neues Hoch in diesem Marktbreitenindex zu bekommen. Und dass wir hier sozusagen nicht die Bestätigung haben für den S&P 500 und den Dow Jones Industrial Average, ist für mich auch so ein Zeichen dafür, dass der gesamte Ausbruch zunächst einmal mit einem Fragezeichen versehen werden muss. Wenn Sie mich die letzten Webinare verfolgt haben, dann haben Sie wahrscheinlich mitbekommen, dass ich auch ein großer Fan der Dow-Theorie bin und ein wichtiger Baustein der Dow-Theorie besagt, dass die Industriewerte und die Transportwerte sich in einer gesunden Hosse-Bewegung immer gegenseitig bestätigen müssen. Das heißt, wenn der Industrieindex ein neues Hoch markiert, dann sollte auch der Transportindex ein neues Hoch markieren, um den Industriesektor positiv zu bestätigen, sozusagen, um auch eben klar zu machen, dass die Hosse nicht von nur wenigen Aktien getragen wird, sondern von allen Aktien oder von der Mehrheit der Aktien. Und das ist momentan überhaupt nicht gegeben, denn wir haben ja im Transportindex, datiert das Hochjahr von November 2014, ist also schon mehr als anderthalb Jahre alt. Und wir sehen also noch nicht, dass sich der Transportindex irgendwie hier befreit. Wir haben zwar so eine Art Setup dafür, dass er sich vielleicht tatsächlich mal befreien kann. Deswegen habe ich hier so ein bisschen so angedeutet, dass wir so eine inverse Kopf-Schulter-Formation hier möglicherweise herausbilden. Aber damit dieser Sektor tatsächlich sich aus dieser misslichen Lage befreien kann, dann muss er den Big Point machen und der Big Point, der ist einfach noch auch relativ deutlich entfernt. Er muss nämlich hier drüber ungefähr 8.300, ungefähr 8.400 Punkte. Da haben wir also dann hier die langfristige abwärtsgerichtete Trendlinie. Wir haben dann hier die Reaktionshoch vom Q4 2015 und, und, und. Und dann müsste der Transportindex sozusagen erstmal drüber, um überhaupt ein bisschen wieder die Fantasie zu schüren, dass er in Richtung seines Allzeithochs gehen kann. Und alles, was hier drunter ist, das fällt eigentlich in die Kategorie bärisch und man muss man also mit einer negativen Trendfortsetzung hier rechnen. Insofern, also der Ausbruch für mich im Dow Jones Industrial mit Argus-Augen kann natürlich jetzt noch ein bisschen weiterlaufen, aber im Prinzip muss ich erst hier Beweise sehen, dass es sich um einen richtigen, nachhaltigen Ausbruch handelt, der dann auch eben strategischer Natur ist, bevor ich hier irgendwie großbullisch werde. Ja, dann hier nochmal die Erwartungen zu dem Transportsektor. Wir haben es auf der vorigen Folie gesehen. Das Ganze kann man auch so ein bisschen als Dreieck hier deuten, als Dreieck interpretieren. Die Amplituden, also die Wegstrecke der Auf- und Abwärtswings, die nimmt im Zeitablauf ab. Da baut sich natürlich so eine gewisse Spannung auf, die sich dann im weiteren Verlauf entladen muss. Und da wir natürlich auch auf dem Zyklen-technischen Chart gesehen haben, dass wir eben ab September sehr, sehr viel Gegenwind bekommen, ist hier meine grundsätzliche Erwartungshaltung, dass der Ausbruch aus dieser Verengung, dass der im Transportsektor idealer typischerweise nach unten stattfinden wird. Und das Zeitfenster dafür haben wir auch mal hier grau schraffiert. Das wäre dann also auch der Herbst, wo wir diese Bewegung erwarten können. Natürlich muss man auch immer den Plan B in der Schublade haben. Das ist ganz klar. Also wenn ich jetzt hier sehe, dass da einfach auf der Unterseite nichts kommt und dass wir hier nochmal tatsächlich hier uns nach oben befreien, dann müsste ich meine Einschätzung natürlich entsprechend auch anpassen. Aber davon ist der Markt noch ein deutliches Stück entfernt, sodass ich nach wie vor diese Erwartungshaltung hege, dass wir, wie gesagt, einen schwierigen Herbst bekommen. Ja, natürlich brauchen wir auch ein entsprechendes Muster, welches man sich dann gemeinhin als Techniker vorstellen kann, für den S&P 500, der ja eben ein neues hochgemacht hat. Und unter Elliot-technischen Gesichtspunkten, da haben wir hier eine sogenannte Expanded Flat Correction, die sich hier im S&P 500 dann manifestieren kann. Und zwar eine dreiteilige Korrekturbewegung A, B, C. Und das Perfide an diesem Korrekturmuster, an diesem Elliot-Muster ist, dass die Welle B nochmal ein neues hochmacht, obwohl sie eigentlich Teil der Korrekturbewegung ist. Und das ist immer so ein bisschen undankbar, wenn ein Markt ein neues hochmacht, aber in Wirklichkeit in einer Korrekturbewegung steckt. Und dann gibt es eben hier nochmal die C-Welle runter, bevor diese gesamte Korrektur dann beendet ist. Und das würde dann theoretisch im S&P 500 so aussehen. Das heißt, hier haben wir sozusagen bis Sommer 2015 den Anstieg. Dann haben wir eine erste Korrekturbewegung, das ist hier Orange A. Jetzt die Gegenbewegung, die Welle B, Orange hier, mit einem neuen hoch, aber dann im weiteren Verlauf nochmal ein empfindliches Abtauchen, wobei wir natürlich nicht wissen, wie tief kann es dann tatsächlich gehen. Das müssen wir natürlich abwarten. Das soll auch nur hier eine Andeutung sein. Und im Prinzip würde sich dieses Muster durchsetzen, wenn diese Ausbruchsmarke, also die 2135, 2120, wenn die nachhaltig wieder nach unten gerissen würde. Weil dann hätten wir es mit einem klassischen Fehlausbruch zu tun, also einer sogenannten Bullenfalle. Und dann wäre es sehr, sehr realistisch, dass wir so ein Elliot-Muster bekämen. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass der zyklische Gegenwind sich dann ab September manifestiert. Und von daher also diese Andeutung einer Abwärtsbewegung, hier möglicherweise dann starten Ende August, Anfang September. Und die könnte dann auch nochmal relativ empfindlich ausfallen. Was wir momentan auch im Markt sehen, ist, dass das Sentiment sich um 180 Grad gedreht hat. Wir haben ja hier im Zuge der Brexit-Geschichte eine CBO-E-Put-Core-Ratio gesehen, die exorbitant hoch war, also fast auf Rekordniveau. Es gibt in der jüngeren Historie eigentlich nur, wie wir hier sehen, selten Spitzen, die noch ausgeprägter sind. Hier die Put-Core-Ratio in der 5-Tage-Glärtung. Und diese Angst, die ist jetzt komplett verflogen. Natürlich auch mit den steigenden Kursen hat sich die Angst abgebaut und hat sich ins Gegenteil verkehrt. Wir haben zuletzt, vor einer Woche war das, haben wir ein 5-Tage-CBO-E-Put-Core-Ratio gesehen auf einem, kann man sagen, 2-Jahres-Tief. Dieser Indikator war im Sommer 2014 zuletzt auf diesem Niveau. Und damit verbunden ist natürlich eine ganz gute Portion Optimismus, die eigentlich nicht dazu angetan ist, den Markt jetzt noch viel weiter steigen zu lassen. Denn wir wissen natürlich aus der Sentiment-Analyse, wenn die Marktteilnehmer in der Mehrheit sehr, sehr optimistisch sind, dann haben sie natürlich gekauft. Und wenn die meisten Marktteilnehmer bereits gekauft haben, dann fällt diese Zusatznachfrage in der Zukunft aus. Und damit läuft sich normalerweise dann eine Aufwärtsbewegung fest. Und in genau der Situation sind wir jetzt. Das heißt, wir haben hier einfach ein zu optimistisches Sentiment, was sich jetzt als Bremsklotz wahrscheinlich entpuppen wird. Wenn wir einen anderen Indikator, einen anderen Sentiment-Indikator heranziehen, die sogenannte NDR Crowd Sentiment Poll, wo mehr Befragungen einfließen als Terminmarktpositionierung, da haben wir ein ganz ähnliches Bild. Das heißt, das, was wir hier über die Put-Core-Ratio sehen, das wird so ein bisschen bestätigt, auch von den Befragungen der Marktteilnehmer. Wir haben hier eine NDR Crowd Sentiment Poll auch auf einem 1,5-Jahres-Hoch, müsste das jetzt ungefähr sein. Wir sehen auf jeden Fall, dass wir auch in dem Bereich des Extremoptimismus angelangt sind. Natürlich sehen wir in der Vergangenheit, gab es auch immer noch höhere Extreme. Klar, man weiß letzten Endes nicht ganz, wie weit es noch nach oben gehen wird, aber was wir definitiv sagen können, dass es jetzt schon mal ein ernstes Warnsignal ist, dahingehend, dass die Kurse einfach jetzt nicht weiter in den Himmel oder die Bäume nicht weiter in den Himmel wachsen. Das war es zunächst zum US-amerikanischen Aktienmarkt. Wie gesagt, grobe Blaupause, ist kurzfristig Pullback bewegen, dann aber nochmal weiter nach oben, bis der Markt dann letzten Endes Anfang September in einen zyklischen Hochpunkt hineinlaufen sollte. Im DAX haben wir natürlich ein ganz anderes Bild, weil wir da einfach nicht diesen Bullenmarkt haben. Hier haben wir eigentlich seit der Bärenmarktrallye, die im Februar gestartet ist, sind wir eigentlich seit März, April mehr oder weniger in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. In dem gleichen Zeitraum haben S&P 500 und Dow Jones Industrial eine wesentlich bessere Performance natürlich hingelegt. Und so gesehen ist die technische Gesamtsituation hier im DAX mittelfristig einfach nur neutral zu beurteilen. Wir haben es hier nicht mit dem Ausbruch zu tun. Das Ganze hat weiterhin, wie ich es auch schon im letzten Webinar dargelegt habe, lediglich Handelsspann-Charakter. Ich persönlich als Techniker, mir sind Trends lieber. Da kann man letztlich eigentlich besser Geld verdienen, aber natürlich hat jede Handelsspanne auch irgendwo ihren Reiz, weil man natürlich oben versuchen kann zu verkaufen und unten versuchen kann zu kaufen. Die letzte Kaufgelegenheit war dann hier auch durch den Brexit, wobei ich mal davon ausgehe, dass die wenigsten hier wirklich gekauft haben, denn an dem Tag damals sah es ja relativ schlimm aus und da hätte, weiß Gott, hätte der DAX auch noch viel tiefer fallen können. Insofern haben wir eigentlich ein sinnvolles Setup, eigentlich erst seitdem wir hier dieses zweite Standbein herausgebildet haben. Seither läuft der Markt eigentlich einigermaßen sauber wieder und jetzt hat der DAX dann das gemacht, was auch zu erwarten war, nämlich die komplette Wegstrecke wieder von den Tiefs bis zur oberen Handelsspannenbegrenzung zurückzulegen. Und diese obere Handelsspannenbegrenzung, die ist nicht so ganz leicht zu definieren. Wir haben mal immer wieder gesagt, in so einem Daily auch 10.300, wobei es ist nicht so ganz klar. Wir haben hier einmal einen Hoch bei 10.475, dann haben wir hier noch einen Hoch bei 10.365, auch so ein bisschen absteigenden Charakter hier im Rahmen der Handelsspanne und unten auch keine klare Begrenzung, deswegen ist es nicht ganz einfach. Aber die Quintessenz hier ist einfach, dass wir jetzt nicht erwarten, dass der DAX hier nach oben sich befreien kann und ausbricht. Im Gegenteil, gerade wenn wir postulieren, dass die Handelsspanne bis auf weiteres intakt bleibt und wenn wir postulieren, dass wir eigentlich für den US-amerikanischen Aktienmarkt jetzt eine Pullback-Bewegung erwarten, dann müssen wir konsequenterweise natürlich für den DAX auch erstmal einen Rückgang erwarten. und dieser Rückgang der Erde kann zunächst auf jeden Fall mal bis 9.800 Punkte gehen, denn hier, sehen Sie, haben wir eine relativ gute Unterstützung, ganz viel Handelsgeschehen im Mai und dann auch hier Ende Juni, Anfang Juli, dieses Reaktionshof bei 9.800, also aus technischer Sicht eine relativ signifikante Marke, die sich hier als Unterstützung herleiten lässt und dass der DAX dann tatsächlich auch dieses Risiko ausschöpft, das würde sich dann konkretisieren, wenn er jetzt auch in den kommenden Tagen wieder unter die 10.075 Punkte Marke zurückfiele, das ist nämlich das aktuelle Niveau der 200-Tage-Linie und dann könnten wir sagen, dass sich hier diese kurzfristigen, aufwärtsgerichteten Kräfte zunächst einmal erschöpft hätten und wir dann einfach nochmal hier damit rechnen müssen, dass der DAX hier nochmal einen Haken nach unten schlägt. Ja, was können wir noch sagen? Wir haben auch hier eine sogenannte bärische oder negative Divergenz zwischen Indikatorverlauf und DAX-Kursverlauf. Das können wir hier unten am Projection-Oscillator abgreifen. Der hat dieses jüngste Hoch, was wir jetzt im DAX markiert haben, der hat das nicht mehr bestätigt, ist das nicht mehr mitgegangen. Insofern hier ein absteigender Indikator bei aufsteigendem DAX, also eine klassische Divergenz, die auch so ein bisschen als Frühwarnsystem gilt und insofern bestätigt sich hier eigentlich, dass wir an der oberen Handelsspannbegrenzung zunächst einmal nicht weiter nach oben gehen. Ja, das Ganze aus strategischer Sicht, DAX Weekly Candlesticks, da erwarten wir jetzt, dass wir eben diese Pull-Back-Bewegung machen, deswegen hier der orangefarbene Pfeil nach unten zunächst, dann aber nochmal mit diesem günstigen zyklischen Rückenwind nochmal einen Angriff nach oben und da wird es halt sehr interessant sein zu sehen, ob der DAX es tatsächlich vielleicht schafft, sich eben entgegen meiner Einschätzung doch noch strategisch zu befreien. Wir können hier nämlich einen sehr guten Kreuzwiderstand ableiten. Wenn Sie sich hier mal anschauen, diese zwei orangefarbenen Linien hier, diese Abwärtstrendlinie von April 2015 und dann hier die Parallele zu einer potenziellen Nackenlinie, einer größeren Formation, das ist ungefähr im Bereich 10.500, 10.600 Punkte und solange der DAX da nicht drüber geht, so lange ist es definitiv zu früh, hier bullisch zu werden und so lange besteht definitiv die Gefahr, dass sich hier auf der Unterseite nochmal eine weitere Abwärtswelle ergießt, denn wir müssen natürlich immer auch berücksichtigen, dass der DAX sich seit April 2015 in einem Bärenmarkt befindet und der Bärenmarkt ist eben so lange intakt, bis wir gegenteilige Indizien haben und diese gegenteiligen Indizien, die haben wir einfach noch nicht und deswegen rechnen wir nochmal mit einer Abwärtswelle. Etwas ähnliches kann ich zum Eurostoxx 50 sagen, hier haben wir auch einen typischen Bärenmarkt, also absteigende Hochs und absteigende Tiefs, die letzten Tiefs lagen in etwa auf einem Level, aber das ist auch ein Zeichen dafür, wenn der Markt hier einfach es nicht schafft, nochmal Richtung 3.100 Punkte zu gehen, dass diese tertiäre Rallye, die wir jetzt momentan sehen, dass die einfach verhungert und es nicht schafft, hier den Eurostoxx 50 nach oben zu befreien. Wir sind auch hier noch unter der 200-Tage-Linie, also eigentlich nochmal technisch schwächer als im DAX und insofern deutet hier einfach nichts darauf hin, dass wir uns hier nach oben befreien, gerade auch wenn man bedenkt, dass der zyklische Rückenwind wirklich nur noch bis Anfang September andauert, dann bleibt eigentlich auch immer weniger Zeit, hier nochmal eine größere Preisbewegung nach oben zu initiieren und hier gar den Abwärtstrend zu brechen. Das sieht einfach momentan nicht danach aus und deswegen gehe ich davon aus, dass hier die alte technische Prämisse gilt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein intakter Trend sich fortsetzt, immer höher einzustufen ist, als dass er sich umkehrt und da wir es hier mit einem intakten Abwärtstrend zu tun haben, gehe ich einfach davon aus, dass wir auch nochmal den Abwärtstrend mit neuen Tiefs fortsetzen. Damit komme ich eigentlich auch schon zum Ende. Lassen Sie mich nochmal ein kurzes Fazit ziehen beziehungsweise eine Zusammenfassung. Insgesamt gehen wir davon aus, dass wir es nochmals mit einer freundlichen zyklentechnischen Verfassung der Aktienmärkte zu tun haben. Ich kann das gar nicht oft genug sagen, in etwa bis Ende August, Anfang September und da sollten wir nochmal Potenzial auf der Oberseite ausschöpfen können. Ideal typischerweise wäre es, wenn wir jetzt die Pullback-Bewegung in den amerikanischen Indizes sehen würden beziehungsweise in den europäischen Märkten eine Konsolidierungsbewegung, einen Rücksetzer, der dann nochmal gefolgt wäre von einer finalen Aufwärtsbewegung und insgesamt ist einfach aber davon auszugehen, dass diese Aufwärtsbewegung einfach sich dann festläuft und einfach nicht dazu führt, dass sich strategisch irgendeine Befreiung einstellt, insbesondere nicht in Europa, wo wir eigentlich nochmal wesentlich schwächer sind als in den USA. Insofern muss man sagen, dass Europa, das habe ich auch im letzten Webinar schon mal deutlich gesagt, dass wir einfach davon ausgehen, dass Europa weiterhin ein Underperformer bleibt. Ja, das war meine Zusammenfassung, mein Fazit. Jetzt zeigen wir nochmal ganz kurz den Disclaimer und unser Impressum und dann gebe ich zurück an dich, Christoph. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Armin. Ich bitte dich einfach nochmal kurz auf deine Folie Nummer 21, also Seite 21 zu gehen. Dazu würde ich nämlich noch gerne was sagen, meine Damen und Herren. Genau diese Folie, vielen Dank. Hier sehen wir die 9800 Marke oder zuerst nochmal kurz das Setup an sich, um auch eine Trading Strategie da zu erarbeiten. Der Dow Jones bzw. die Pullback Reaktion aus dem Dow Jones für den DAX übergeleitet zu nehmen bzw. dann zu handeln, also die Reaktion daraus, die positive, günstige Zyklik im August bzw. eine angehende Sommerrallye und wie von den Kollegen ja auch schon die ganze Zeit immer wieder gesagt, bis Anfang September, also jetzt im August, eventuell noch die Chance da, wenn der DAX etwas Luft holt, bis zu dieser Marke von 9800. Also dort wäre dann quasi auch die zweite Chance zum Einstieg für die, die am Brexit eben nicht eingestiegen sind, bei 9800 wäre eine günstige Gelegenheit und der Armin sagte schon, das Ziel dann bei 10400 ungefähr und wie Sie sehen, und deswegen habe ich auch nochmal die Folie zeigen lassen, also 9500, 9600, da zwischendrin dann einen Stop-Loss zu setzen, erscheint mir eigentlich ganz sinnvoll und das wäre dann quasi in der Pullback-Reaktion eine Long-Strategie, wenn der DAX nochmal auf 9800 Punkte zurückkommt und das wollte ich Ihnen jetzt mal zeigen, wie wir dann in unserem Guidance-Desktop so ein Papier aussuchen kann. Sie kommen, wenn Sie auf der Startseite sind von Guidance an sich, zeige ich Ihnen gerne nochmal, Sie klicken hier oben auf dieses Dropdown-Menü und dann klappen Sie bei den Partnern einfach das Fenster auf und scrollen dann eben bis zur DZ-Bank und mit einem Klick darauf kommt dann ein Fenster mit einem Disclaimer, dass Sie dann, wenn Sie die Seite sehen möchten, dann natürlich auch mit Akzeptieren bestätigen und dann sind Sie schon hier auf der Startseite voreingestellt, ist der DAX, Sie sehen es hier oben in gelb markiert, die K.O.-Suche, beziehungsweise hier oben ist der DAX auch schon da. Wenn Sie die Suche, den Basiswert ändern möchten, dann sind Sie hier im Basiswert richtig, dann einfach auf Suche klicken und dann könnten wir zum Beispiel den Eurostox uns suchen, einfach nur kurz als Beispiel, um dann wieder zum DAX zurückzugehen und dann die Trading-Strategie natürlich auch auszuwählen. Also hier nochmal, da gehen wir den DAX ein, dann bauen sich die Charts hier oben beziehungsweise die Produkte, die dazugehörigen K.O.-Produkte, die Knockout-Produkte dann auch auf. So, wir haben gesagt, Pull-Back-Reaktion, günstige Zyklik, DAX holt eventuell nochmal Luft und das dann die zweite Chance zum Einstieg quasi ist, das wollen wir ausnutzen, beziehungsweise dann auch handeln, wenn es soweit kommt. Der Einstieg bei 9.800, den geben wir hier in dem blauen Feld einfach ein. Das Kursziel haben wir dann genannt bei 10.400, 10.300, 10.400, 10.500 in der Richtung. Also 10.400 ist schon gar kein so schlechtes Kursziel und den Stop-Loss setzen wir dann bei 9.600 einmal, denn die starke Unterstützungslinie 9.500, wenn die bricht, dann könnte es durchaus sein, dass auch unsere Long-Position relativ unattraktiv ist. Sie sehen, das ist das Trading Setup im blauen Bereich, hier die 9.800, grüner Bereich 10.400, Stop-Loss 9.600. Abgetragen hier auf die blau, grün und den roten Bereich sehen Sie aktuell das Papier, das erste Papier, was auf dieses Trading Setup passen würde, wäre das in der obersten Reihe und hat im Moment einen Preis von 6,14 Euro zum jetzigen Zeitpunkt, jetziger DAX-Stand. Wir wollen aber ja bei 9.800 einsteigen, das bedeutet, das Zertifikat würde dann 2 Euro, knapp 34, 23, Entschuldigung, würde das dann kosten. Wenn der DAX dann, wir steigen bei 9.800 ein, das Kursziel dann auf, wenn der DAX auf 10.400 dann quasi nach oben schnellt, beziehungsweise klettert, ist unser Zertifikat, das gleiche Zertifikat, dann 8,22 Euro wert. Das heißt, Sie haben dann einen Gewinn, vorausgesetzt, dass Sie 99 Stücke gekauft haben, einen Gewinn von 593 Euro. Zu der Stückzahl komme ich dann auch gleich nochmal. Sollte die Strategie dann nicht aufgehen, wir sind bei 9.800 eingestiegen, der DAX geht trotzdem noch weiter runter, welche Meldungen dann auch immer dafür gesorgt haben sollten. Den Stop-Loss bei 9.600 setzen wir da, also die Strategie geht nicht auf, dann ist das oberste Zertifikat zum Beispiel 22 Cent wert und somit haben wir einen Verlust von knapp 200 Euro. Das Verlustrisiko, da würde ich gerne auch nochmal drauf eingehen, weil das immer viele, viele Fragen wirkt. Und Sie geben zuerst einmal Ihr Trading Kapital, also das Kapital, was Ihnen zum Trading in den Produkten an sich, zum Trading eben zur Verfügung stellt, steht, das geben Sie hier ein. Wir können auch gerne mal 10.000 Euro hier eingeben und Sie sehen, die Stücke an sich werden hier unten, beziehungsweise die Positionsgrößen, ich mache Ihnen das mal ein bisschen größer, dann sehen Sie es auch nochmal. So, die Positionsgröße, jetzt ist auch alles zu lesen. 10.000 Euro Trading Kapital und davon, von diesen 10.000 Euro, habe ich als Verlustrisiko 1%, also 100 Euro. Und genau auf diese 100 Euro, auf dieses 1%, das ich eingehe als Verlustrisiko aus diesem Trading Setup, das berechnet sich hier dann daraus. Für diese 100 Euro Verlustrisiko und in diesem Setup bei, ich kaufe bei 2,24 Euro, dass die Stückzahl ist dann eben 49 Stück und ich habe eine Positionsgröße aus diesem Trade von 110 Euro. Ein Gewinn, so wie wir es vorhin gesagt haben, wenn es auf 10.400 steigt, dann habe ich einen Gewinn von 294 Euro oder wenn die Strategie nicht aufgeht, 9.600, ein Stop-Loss, dann knapp 99 Euro verloren. Und dieses ganze Setup mit der Zyklik und dann auch das, was der Armin beziehungsweise auch der, das unser Trader Daily jeden Tag Ihnen dann auch, ja, jeden Tag auch nennt, beziehungsweise immer wieder ein Update bringt, das Trading Setup jetzt eben natürlich nur in dieser zyklischen, günstigen, kurzen Zeit bis Anfang September. Das ist wichtig. Denn Anfang September, das haben Sie vorhin in den Folien schon gesehen, beziehungsweise was wir auch immer wieder dann auch thematisieren, Anfang September wird es eine Phase geben, in der so ein Setup eben nicht mehr attraktiv ist und auch da würden wir dann sagen, wenn das Kursziel erreicht ist, raus aus der Position. Update beziehungsweise Trader Daily ist das nächste Stichwort. Das ist für dieses Setup, dass wir das jetzt so in dem ganzen August beziehungsweise in dieser günstigen, zyklischen Phase vielleicht funktioniert beziehungsweise eine Berechtigung hat. Update. Jeden Tag bringen wir unser Trader Daily. Sie sehen es auch hier auf der linken Seite. Das ist das von heute zum Beispiel. Sie können es hier gerne lesen. Sie können kommentieren, den Kollegen, den beiden, den Armin Krems und dem Dirk Oppermann. Schreiben Sie, kommentieren Sie es. Schweres Wort. Treten Sie in Kontakt mit den Kollegen und dann werden natürlich auch dann eventuelle Fragen beziehungsweise Anregungen beantwortet. Das ist das Erste hier im Webinar, beziehungsweise im Trader Daily beziehungsweise im Webinar. Da sind die beiden in zwei Wochen wieder mit dabei. Am 8.8. ist der Dirk und der Armin wieder mit dabei und somit können wir auch da dann, wenn das Trader Daily beziehungsweise die aktuelle Update-Phase Ihnen eventuell zu viel ist, dann kommen die beiden am 8.8. wieder in unser Webinar. Das ist das Setup soweit. Eins habe ich noch vergessen. Auf unserer Homepage natürlich dzbank-derivate.de ist unser Trader Daily auch nochmal mit dabei. Ich kann es Ihnen auch gerne, das zeige ich Ihnen einfach mal kurz, dzbank-derivate. Das ist, so, weg damit. Das kommt dann immer wieder. Das ist der Zugang. Hier wählen Sie dann einmalig unter den Disclaimer und können dann auf Akzeptieren klicken. Das ist unsere Homepage dzbank-derivate.de und einfach ein bisschen runter scrollen und da sehen Sie schon dieses Insight, unser Trader Daily. Das ist ein Video, was wir jeden Tag Ihnen zur Verfügung stellen. Einfach draufklicken. Diese 3 Euro, Quatsch, diese 3 Minuten 39 können Sie dann unser Trader Daily jeden Tag hören. Ansonsten hier unten sehen Sie das noch in PDF-Form. Wenn Sie da draufklicken, dann jeden PDF auf, können Sie nochmal nachlesen. Je nachdem, wie Sie es wünschen. Wir stellen Ihnen mehrere Alternativen zur Verfügung. Wie gesagt, Trader Daily jeden Tag auch auf unserer Homepage mit drauf. So, das war es soweit für das Trading-Setup und jetzt zeige ich Ihnen noch unsere Schlussfolie. Zuerst mal vielen Dank. Ich hoffe, dass der Raimund uns wieder hören kann und zugehört hat beziehungsweise ansonsten sage ich trotzdem Danke. Danke an den Armin für die technische Analyse und natürlich auch danke an Sie. Vielen Dank für die Teilnahme für heute Abend, wo auch immer Sie sind. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Sommerabend. Bei uns hier in Frankfurt ist es herrlich mit dem blauen Himmel. Wir gehen jetzt alle entweder raus, nach Hause, in den Biergarten, wo auch immer. Wir freuen uns drauf. Aber noch der Hinweis für nächste Woche. Die nächste Woche ist unser Analyst Christian Kahler mit dabei, unser fundamentaler Analyst, der Ihnen schon jetzt einen Ausblick auf 2017 dann geben wird auf die Aktienmärkte das Thema, die Überschrift Aktienmärkte im Spannungsfeld von Politik und Niedrigzinsumfeld. Spannender Vortrag nächste Woche wie gewohnt am Montag 19 Uhr 1.8. mit dem Analysten Christian Kahler. Ich freue mich da schon drauf und bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt mal einen schönen Abend, eine gute Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, bis dahin, Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss.